Musik 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 Einen schönen guten Tag, mein Name ist Schneider. Ja, guten Tag, Herr Schneider. Ich suche eine Arbeit. Ja, da sind Sie ja richtig. Aber ich sage doch direkt am Anfang schon, dass die Arbeit nicht unbedingt sauber sein muss. Ah, schmutzig, ja. Kann auch ganz schmutzig sein und dass ich auch nicht so viel Geld verdiene. Säure, ja, die Säure. Schön wäre es natürlich. Ja, kein Geld. Aber wenn nicht, dann lasse ich mich auch gern damit zufrieden geben. Ja, dann wollen wir mal schauen. Wir hätten ja etwas auf der Baustelle. Ja, das hört sich ganz gut an. Sie müssen auch bei schlechtem Wetter arbeiten. Kann man denn da auch Frühstückspause machen? Bitte, Frühstückspause, ja, selbstverständlich. Ja, und kann man die auch mittags machen, nach der Mittagspause? Nein, die Frühstückspause ist um 8 Uhr, ja. Ja, ich meine, dass ich das nachziehe, dass ich vorher vorarbeite. Also Sie machen keine Frühstückspause. Ja, nach der Mittagspause. Also nach der Mittagspause, ja, nein, das geht nicht. Und die Kaffeepause noch in die Mittagspause reinnehmen, damit die Mittagspause länger ist? Nein, das macht keine Firma, das geht nicht. Also nach der Mittagspause, dann die Frühstückspause? Nein, Herr Schneider, das macht keine Firma, nein. Ach so. Da sind ja auch noch andere Leute, ja. Ach, sind da noch andere? Ja, da sind andere Mitarbeiter auch, ja. Ach so. Ja, Maurer, äh, Schaler. Aber ich dachte, ich könnte alleine machen. Äh, nein. Alleine machen. Ach so, Sie meinen ganz alleine, auf dem Bau? Ja, alleine machen, schön. Nein, das, äh, ein Haus, da kann man nicht alleine bauen. Häuschen bauen. Da braucht man Hilfen, das ist, das geht nicht. Schönes Häuschen bauen. Wenn Sie alleine sein wollen, müssen Sie oben ganz oben auf dem Kran sitzen, ja? Ja, das wäre vielleicht etwas. Ja, das ist auch gut. Ja, ist aber ganz hoch. Oben? Ja, ganz hoch. Ganz oben? Oben, ja, im Kran, ja. Wie hoch ist das denn? Ja, 120 Meter. Ah, so hoch? Ja, sehr hoch, ja. Ah, das ist mir zu hoch eigentlich. Ja, aber Sie haben ja auch nicht studiert, ja. Ja, das ist auch zu hoch. Ja, das habe ich mir gedacht. Wie wäre es mit Bergbau? Ah. Das wäre doch was. Ja, was hat man da an? Ja, weiße Sachen, ja. Ach so. Die werden schnell schmutzig. Schön. Ja, die werden sehr schnell schmutzig, ne? Ach, die werden schmutzig. Ja, die kann man aber waschen. In der Waschgau. Und wer wäscht die? Ja, in der Waschgau, sage ich bereits. Aha. Da können Sie übrigens auch arbeiten in der Waschgau, ja. Das wäre vielleicht etwas. Ach, das kann man auch machen? Ja, als Waschgauwärter. Gut. Und wann ist dann die Arbeitszeit? Wann fängt die an? Ja, sechs Uhr oder fünf Uhr morgens. Ach so früh? Ja, sehr früh, ja. Oh, nee, nee, da schlafe ich noch. Sie sind zu früh, Herr Schneider, ja. Vielleicht so um elf. Ja, das wird aber nicht gehen in der Waschgau, ja. Ja, gibt es denn Berufe, die später anfangen oder Nachmittag? Ja. Oder dass die, sagen wir mal, 18 Uhr anfangen und 19 Uhr ist Feierabend. Ja, nein, nur Ärzte, also Kurufäne. Ach, sowas gibt es ganz selten, ja? Ja, selten. Arzt, ja. Ja. Ja, das wäre doch klasse. Ja, aber Sie müssten dafür studieren. Ach so. Ja, was denn? Ja, Arzt. Ja, kann ich machen. Gar kein Problem. Sie müssen sich einschreiben. Ja. Ein hoher Schulabschluss. Einschreiben. Einschreiben. Ja, kein Problem. Ja. Kannst du machen. Ja. Herr Schneider, dann ist das doch gleich die Sache für Sie, nicht? Ja, sicherlich. Tja. Ja, und dann verdiene ich auch einiges, ja? Äh, 140.000 D-Mark im Jahr ungefähr, kann man sagen. 140.000 Mark im Jahr? Hm, plus, minus, ja. Märchen. Ist ja nicht viel, bleibt ja nicht viel über, ne? Ja, je nachdem. Also, ich fände es schon gut. Wenn es jetzt verheiratet wäre noch, ne? Wo kann man denn heiraten? Ja, steuerlich, steuerlich würden Sie sicherlich besser stehen. Ach, das ist ja steuerlich günstiger. Ach so, nee, dann lassen wir das sein. Ach so. Nee, dann, also wenn ich jetzt Sie richtig verstanden habe, ob ich arbeiten gehe oder nicht, kommt auf selbe raus, ne? Das kommt eigentlich auf selbe raus. Ja, nee, komm, dann lassen wir ganz sein.